so freunde willkommen zu einem weiteren video über die turnier defensiven wir sind wieder am ende angekommen und du wirst es morgen sehen der loot er war grandios er war grandios gut also wir haben so viele niederlagen dass wir uns zweimal hätten einkaufen oder nicht einkaufen müssen wir haben mit dem letzten angriff die achte niederlage gekriegt also war alles sehr schön aber ich sehe keine groben fehler in irgendeiner art und weise das ist halt einfach das sind so stark leute wie jemand unter dem kommentar geschrieben hat es ist schon krass dass jemand wie ich auch mit meinen helden teilweise null chance hat mittlerweile so ist es nochmal das sind halt dann wenn ich mit sowas hier halt angucke ich glaube der war halt extrem scheiße da haben wir auch gar nichts gekriegt bei dem hier weil es war eine null was war denn hier ja gut aradia ist meine ist meine nemesis besiege ich nicht aradia und hehl im kostüm da sind so da kann ich direkt einpacken eigentlich brauche ich gar nicht antreten das funktioniert nie irgendwie in irgendeiner art und weise und ich weiß nicht defensive was willst du was willst du dazu sagen das ist halt das ist halt einfach das ist schlecht und ich habe nicht unbedingt schlecht aufgestellt es sind starke helden dabei aber gegen die leute gegen die ich spiele das ist halt auch so dass die halt auch sehr sehr viel zur verfügung kamen und da hat dann auch jeder irgendwie dann ein gestalt oder ferra goblin oder weiß der geier was ne deswegen da hier sind drei goblins wenn man schon vom goblin spricht ne das ist halt alles nicht so einfach auf diesem level so aber wenn wir schon dabei sind was ist denn für manche leute ist es einfach für glitter zum beispiel und wenn man jetzt hier einfach mal so guckt es sind zwei helden die ich halt habe ne ähm ukonen und jetzt seit neuestem christine so da da hält sich das halt alles auch so ein bisschen in grenzen oder hier the dark knight i did that habe ich auch die die beiden so und dann hört das halt auch auf hier habe ich nur millioni also da siehst du halt das ist die die da oben sind die sind noch mal eine kategorie oder nicht nur eine kategorie mehrere kategorien besser so es war ein ähm bonus booster das heißt boni helfen uns wer was sind gute boni leute ja habe ich gedacht ukonen millioni ukonen löse aus du kriegst die boni nicht weg äh kannst du nicht dispellen also machen die auto attacks mehr schaden und dann bum 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 gib ihm war anscheinend ein trugschluss bei meinen helden ne und das hat nicht so wirklich funktioniert wie ich gedacht habe gut ähm ist so beim nächsten mal werde ich es nicht anders wahrscheinlich aufstellen weil ich nichts anderes habe dann muss man wieder arbeiten wir wieder an einem e ähm ja gut hier habe ich gar keinen von ne ähm klar sha luna das sind alles helden die äh schöne boni machen er auch mit seinem mit seinem quatsch den er da macht äh hurricane kann dir alleine drei rausnehmen und über er lang brauchen wir nicht reden ähm das äh auch hier bei glitter ne das ist halt das ist halt wirklich gut das sind halt starke starke teams mit top helden und da bist du halt auch wieder hier unter anderem bei dem dicken gelandet ne ja jetzt haben wir hier ja gut habe ich ukonen von das ist alles schön also du siehst welche helden hier so häufig dann ne haben wir uns gerade angeguckt haben wir hier das ist mal so ein bisschen was anderes aber auch da habe ich nur Mew nie ist das nicht Arthur wäre eine ja wäre auch eine gute Sache gewesen wobei ich dann wahrscheinlich doch ukonen gespielt hätte statt Arthur muss ich fairerweise sagen ja Tetisheri wäre natürlich nett gewesen irgendwann mal jetzt braucht man sie auch nicht mehr hier ist noch einer von the rookies das ist ähm Fusion Moonstar und äh Kartell weiß nicht beide türkischen Allianzen ähm ja habe ich Mew nie gut kann man auch nicht mal ansatzweise so stellen wie die jetzt haben aber dann da ist es dann halt auch ne das ist dann auch relativ relativ einleuchtend warum diese Leute halt dann da oben stehen ja ich meine klar wenn du deine Steine kriegst und dann hier äh gut in der Mitte schon wegräumst dann gewinnst du den aber wenn nicht dann hast du hier einen schnellen Spotter der noch Minions macht hier sie löst dann wahrscheinlich auch jedes mal aus die Minions geben auch noch ein bisschen Mana das heißt Gestalt ähm zerstört dich komplett vor allem wenn du einen Spotter hast der ist weg selbst in der ersten Aufladung also äh das ist alles nicht äh spaßig was hier steht jeder hält davon ähm haut dich halt auf seine eigene Art und Weise und macht oder nicht haut dich weg aber macht auf seine eigene Art und Weise und macht dir enorm Probleme ne und dann ist es am Ende so dass das halt alles äh starke Defensiven sind und du siehst es sind immer die gleichen überall Forces überall ein Schar überall Gestalt dann kommt mal ein Goblin dazu dann hast du Erlang dabei ähm übrigens schön Beyond Fire ein deutscher deutscher Trupp hier sehr gut ah ja mit Lippi ist das ist das mein Lippi aus dem Livestream müsste ne nicht schlecht gut möglich ah nicht schlecht nicht schlecht so hier ehemalig Team Korea ja naja ist auch wieder auch schön hab ich gar keinen von jetzt jetzt sind wir noch nicht mal bei einem Helden den ich habe sondern jetzt sind wir bei gar keinem Helden auch nochmal Koreaner ja da hab ich einen Helden auch von als ähm schwierig ne sagen wir mal so und es sind es sind alles es sind fast die gleichen und guck mal wie viel Mionie dabei ist obwohl Rot erlaubt ist da siehst du halt auch schon dass die Oma doch irgendwie OP ist auch wenn die äh starke Farbe erlaubt ist ne einfach die ganze Kombination das ist jeder Held jeder Held fuck dich ab sie fuck dich ab weil sie permanent auslöst und dann Überheilung macht und Mana boost gleichzeitig dadurch dass sie alle mit Boni versorgt ist er kriegt er auch wird er auch schneller ne durch sein Passiv das kennen wir ja hier ähm 10 Mana zu erhalten wenn er einen positiven ähm Stapel oder einen Bonus generell erhält ähm Gestalt ja der Schaller dich raus den willst du auch nicht dass er raus löst Luna willst du nicht dass sie auslöst weil ihre Mondstrahlen kacke da die trifft immer genau die Helden die gerade bei dir feuern würden ne so dass das immer immer also ne ich glaube die hat äh Nervigkeitsfaktor liegt bei 95% weil sie fast immer wirklich immer mit einem davon auf einen geht der äh der der gerade in der Sekunde wichtig ist ne sei es auch nur darum dass du äh sagst ich brauche nächste Match dann habe ich den Helden voll habe Steine gezählt und dann geht es trotzdem da drauf und dann weißt du okay wenn ich das jetzt so mache wie ich es gerade geplant habe dann ist der Held doch nicht voll und dann ist er voll dann könntest du heilen könntest dispellen oder was auch immer und dann kommt der letzte Mondstrahl bumm wieder drauf und dann stehst du wieder da ne gleichzeitig auch hier wieder ähm der Bonus triggert ihn wieder Dunkelfeder brauchen wir nicht drüber reden ähm auch einer der nervigsten Kandidaten mit seiner Heilung mit den mit der Erhöhung der Werte und das ist halt ähm diese äh diese zufällige Sache wenn einer eine Spezialfähigkeit eingelöst hat dass dann da noch dieser Damage kommt ähm brauchen wir nicht drüber reden das ist alles alles unangbar das hier ist der Erste der ein bisschen ein bisschen raus sticht der dann wirklich mit mit einem brachialen Schwefel kommt und ähm dann daneben Aramis Forsis Grabmacher okay ähm ich weiß nicht das ist für mich so ne Defensive wie ich sie habe außer natürlich du hast keinen Spotter und Schwefel löst zweimal aus dann ist wahrscheinlich jeder tot aber so vom Prinzip her hätte ich jetzt äh ohne jetzt äh Lützel Binge da zu nahe zu treten hätte ich jetzt nicht äh an der Hand für ins Feuer gelegt dass das eine A Defensive ist wollte ich ganz klar sagen es ist eine gute Defensive aber im Vergleich zu den anderen die wir da jetzt gerade alle gesehen haben ist das schon schon überraschend aber auch da sehr sehr gut hier haben wir Kovcek ja guck dir die Leute an das ist auch wieder oder ich muss dann wenigstens sagen da habe ich zwei von ne also aber hier Farah die ist ja eigentlich eigentlich sollte die ja auch schon verboten werden ne das ist die die ist schon hart ja nochmal Syndikat äh auch da rot ist erlaubt blau ist gesperrt ja aber mit zwei grünen Luna Aramis Beutestellen sind halt viele Boni die kommen ne er macht ja immer mindestens zwei Sachen hier macht er sogar ne auch zwei Sachen hier sind sogar drei wenn du unter 50% Leben Punkt hast dann macht er Heilung über Zeit Verteidigung Erhöhung und noch Gegenschlag also gut für Bonus Booster ist das natürlich schon schon ziemlich gut ne muss man ja fairerweise sagen wird noch krasser wenn wenn rot gesperrt ist ja na klar hier Aiming von uns äh er ist von uns gegangen ähm ja an der Stelle ich hoffe ja ich hoffe ja dass du dir das noch anders überlegst und äh nicht zum neuen Jahr aufhörst ja äh aber wenn das so jetzt Abschiedstournee ist nochmal mit den Leuten man muss ja sagen er ist von den Thunderclouds zu uns gekommen war dann lange da und will jetzt aufhören so dann war der Plan eigentlich komm dann hörst du Jahresende auf dann wurde hier aber ein Platz frei bei den Clouds und äh ja dann hat er gesagt komm können wir das auch so machen aber ich bin ja auch so ich ähm will ja Reisende dann auch nicht aufhalten ne ich hab nur noch mal nachgefragt ja ist ein bisschen spontan so aber hat er dann alles hingehauen ähm deswegen alles Gute falls du falls du aufhörst wenn nicht dann wieder antreten bei Hunting ja richtig wenn ich dich noch anfangen ich beobachte dich wenn du noch an also in den ersten zwei Wochen im Januar immer noch bei den Thunderclouds bist dann ähm musst du wieder antreten bei uns nein aber auch hier auch stark ne mit Ukonen Gestalt Forces ist ja im Endeffekt bis auf Ukonen hab ich auch wieder keinen davon die gängige Defensive die halt anscheinend auch unabhängig davon dass er und die anderen die jetzt da oben standen alle super offensiv abgeschnitten haben äh ist das natürlich dann auch noch eine Defensive mit der ich halt nicht äh verdienen kann ne gut für Bonus Booster nicht schlecht macht zwei Boni natürlich darfst du auch nicht die Alpha Fähigkeit vergessen ne das ist ja auch so jeder startet ja schon mit einem einem Bonus und einem erhöhten Angriff weil die Alpha Fähigkeit da ist gut aber das ist ja auch bei meiner Defensive so ich mein Blüter hätte ich jetzt nicht reinpacken müssen dann hätte ich dann noch einen einen mehr gehabt aber so an sich ähm klar hat im Endeffekt jetzt auf dem Niveau ja wie willst du sagen keinen großen Unterschied mehr weil es alle haben so ne in dem Sinne aber hier Angriff runter Dunkelfehler ja das ist es ist halt auch stark oh Summers ah erstmal eben Boris ja auch nur einen so Summers what you got ah Doppelgestalt hahaha ja das ist natürlich ähm brauchen wir nicht drüber reden das ist das ist halt auch das ist äh Departed mäßig ne halt dann nicht schlecht Yoshi der ist auch immer relativ weit oben aber auch hier guck mal hier hab ich sogar gar keinen von ne auch starke Leute löst löst Schwefel zweimal aus und du hast dein äh dein Spotter in irgendeiner Art und Weise nicht an oder gar keinen dabei bist du halt tot ja Gima geht auf alle Sparklight macht auch schön Damage also Funkellicht gleichzeitig mit der Heilung ne und was du halt auch nicht vergessen darfst sie ist dass der erhaltende Schaden alles geteilt wird das macht die natürlich auch noch überlebensfähiger das nicht alles nicht alles nicht so doof was hier aufgestellt hat oh Uox ist auch da nicht schlecht Atomuni Überheilungskern in der Mitte Farah Shah ja ja gut gut kann ich hab ich alles nicht kann ich nicht mit ihnen Kronos von Uprising okay Obakan ist vielleicht auch gar nicht mal so un Luke ne mit dem Gegenschlag klaut also kriegt kriegt dann da zusätzlich immer ein bisschen Mana Revived ohne Ende und man soll vielleicht auch als Tank stellen können theoretisch hätte man überlegen können das ist natürlich so hier zwei Lilane da zwei Rote natürlich ein bisschen komische Aufteilung so aber hat anscheinend auch da funktioniert aber wir sehen halt da auch da sind halt die ganzen Boni im Spiel ne hier der 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 Boni Blocker ja und dann hast du halt hier mit äh Beutelstein haben wir ja gerade schon gesagt ne der macht ja in jeder egal wenn wenn er auslöst egal was da passiert und wie viel Leben die Leute hatten das sind ja mindestens immer zwei und ähm das ist natürlich dann schon gut für ein Funkelicht oder halt dann auch für den Oberkahn ähm die dann halt da den Damage machen ne oder halt dann dementsprechend hier auch nur gibt schöner Sniper da raus verteilt noch ein bisschen Mana ja alles in Ordnung ja ja Blacklist das ist immer die gleichen ne immer die gleichen Helden Osis Luna Osis Luna Osis Luna Osis Luna Scha Scha Luna Osis Scha das ist immer immer das gleiche Mann Man of Steel nicht schlecht Ray interessant aber hier ne wenn du Gestalt halt hast dann ist halt da auch schnell Game Over wenn der zweimal auslöst wenn der zweimal auslöst ist vorbei da hilft der auch wahrscheinlich kein Spotter dann mehr ja auch hier schön Mioni Forsis Luna Scha Okunen Außen der ist sogar der ist sogar noch gar nicht mal so wirklich nötig das reicht schon hier diese Konstellation ist schon schon nervig genug ne ja was willst du da großartig sagen die machen halt alle Boni ne das sind alles aktuelle aua das sind alles aktuelle OP Helden die viele Boni machen und dann stellst du dir halt auf wenn du sie hast da gibt es ja jetzt noch nicht mal irgendwie ähm Tipps und Tipps und sowas du da machen kannst das Ding ist ja auch äh du kannst jetzt sagen ja als als Tipp nimmer nimm einen Spotter mit und sowas äh gibt dir auch äh Boni oder gibt dir auch einen Bonus aber ähm wenn du da ein Gestalt als Gegner hast oder ein Schaar dann hilft der dir auch nicht so viel der hält einen Hit aus und dann ist der tot bei Gestalt ist er sofort tot bei Schaar ist er so gut wie tot wenn nicht sogar tot je nachdem wie viel Boni bei dem Bonus und Booster dann halt drauf haben ne also da kannst du ja jetzt selbst das noch nicht mal sagen weil halt solche krassen Kandidaten da jetzt am Start sind das ist ein bisschen interessant tatsächlich mit Hathor und Ludwig ja Xander ist auch so ein Kandidat ähm ist so ein bisschen hehl ihn schwach oder vielleicht hehl ihn stark ich weiß es nicht weil da noch Brandschaden kommt macht aber das gleiche den gleichen Quatsch mit dem mit dem geklauten Mana weil das nicht so geil mag ich nicht Eva ist auch da ah ja dreimal Gestalt äh brauchen wir nicht drüber reden dass das ähm A ist es soll jedem bewusst vier Goblins ja kann man auch mal machen vier Goblins und Ferrus was gibt's denn dann für einen Familienbonus 100% Gesundheit entzogen sehr schön sehr sehr schön Palme Lead Palme Lead mhm Rakete ja gut ja Dodge haben wir hier da Schaden auf alle Schaden auf alle Snipe Line raus Schaden auf alle ja ist nicht schlecht ist nicht schlecht jetzt ist es ein bisschen anders als dann die ganzen krassen Dudes die wir da gesehen haben bisher ne aber hat funktioniert Bushido spielt bei Blacklist hat ah ja zwei zweimal zweimal Hartor dreimal Gestalt okay waren alles 30er Truppen das ist natürlich auch einer der ähm nicht gerade free to play unterwegs ist ne nochmal Departed da läuft's mit Ukonnen interessant gut aber das sind dann natürlich auch die krassen ähm Nebendarstellern ne mit Dunkelfeder und Forces also ja ein Ukonnen hätte vielleicht auch ein bisschen mehr machen können also ich bin ja der Meinung meiner hat echt die Arbeit verweigert weil ähm ich finde meine meine ist meine ist nicht so ein schlechtes E ja also dass das vielleicht kein A ist ist mir bewusst aber es ist eigentlich ist es auch unfair weil das ist keine E Defensive meiner Meinung nach nicht so nicht so krass wie sich da wie es da gezeigt wird wenn es so ein knappes E vielleicht ist oder ein D oder sowas aber wir waren ja permanent boom nur am Sack gekriegt ne Easy Rider ah ok waren wir bei uns ist jetzt wohl bei Gypsy raus ok ja muss nicht drüber reden ne Dunkellicht Gestalt Schar Dunkelfeder Christine boom dann hast du was schickes da zusammen Opernheld Goblin Astral Elfe Asiate und unerzählte Geschichten das ist ähm alles aktuell alles neue Helden oder wenn nicht neu dann äh krass stark übertrieben stark ja da 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 brauche ich gar nicht weiter gucken bei solchen Defensiven ne das ist halt übertrieben da reicht sogar so ein Schar hehehe gar nicht schlecht ein Hypnos ok um Boni zu entfernen und ähm vielleicht auch Immunität dagegen zu geben hätte ich wahrscheinlich aber auch eher von Departed dann gesagt äh oder ähm hat wahrscheinlich auch oder sie hat wahrscheinlich auch Gestalt hätte man auch überlegen können da Gestalt hinzustellen ne aber ich meine so ein Doppelschar ähm warum nicht ja die alleine regeln schon der Hypnos der ist dann so der äh die Kirsche auf der auf der Torte sozusagen ne der haut dann zum Abschluss drauf und dann ist alles vorbei haben wir nochmal die Pate zum Schluss hier ja auch Ukonen Gestalt Schar Forsis Schwefel ja wir versuchen ja immer ein ein Fazit zu ziehen ne das war das war damals war das noch einfacher Fazit zu ziehen heutzutage ja wohl eigentlich eigentlich nicht heutzutage ist es eigentlich einfacher ein Fazit zu ziehen weil hast du die neuesten Helden dann fluckt das bestimmt hast du Helden wie Schar wie Luna wie Forsis wie Gestalt wie Ukonen Mioni und so ich mein gut ich hab Ukonen und Mioni beide drin und hat nicht funktioniert aber die Kombination Goblins Forsis Schar ja ähm Luna dann äh wenn du diese Helden hast die sind halt im Moment äh die sind halt zu stark und zu gut und krass und hier und da und dort dann hast du ne gute Defensive damals musst du mal überlegen damals waren Leute auf Platz 1 teilweise oder in der Top 100 die hatten einfach die Farbe die gesperrt war sagen wir jetzt in dem Fall war jetzt ähm blau gesperrt die haben einfach eine monorote Defensive hingestellt völlig egal einfach hingestellt und haben am Ende eine Top Defensive gehabt das hat damals nicht immer funktioniert aber häufig heutzutage brauchst du die krassen Helden die stellst du dann rein mit dem doppelten Limit Break und dann ist das rabzab vorbei du siehst ja damals hätte da einer hätte der Tank zweimal ausgelöst ja ist ja nicht schlimm wir heilen und dann ist gut heutzutage darf der womöglich noch nicht mal einmal auslösen weil er dich dann mit Autotex auch schon killt Leute wie Schar wie Gestalt die Helden komplett komplett zerstören also wirklich komplett zerstören wenn du die hast bist du halt einfach ähm besser als der andere besser vorbereitet als der andere und das ist dann wiederum die Sache ähm Geld versus ich gebe kein Geld aus so und ähm so dementsprechend siehst du halt ähm in der jetzigen Zeit wo halt diese Heldenflut ist wer halt das Geld hat und die neuesten Helden dann auch besitzt weil alle weil auch die Helden die wir gesehen haben der Kern die Top Helden die hat hat jeder hier drin ja Luna, Forsys, Schar das sind so so die Top 3 und dann halt Myoni, Ukunnen vielleicht irgendwie sowas ne aber Luna, Schar und Forsys oder halt auch ein Goblin Dunkelfeder oder sowas oder andere Goblins ne also alles was neu ist neu gleich stark mit dem doppelten Limitbreaker noch stärker da du vielleicht jetzt immer noch nicht so äh bist dass du flexibel deine Teams machen kannst weil du alle mit doppelten Limitbreakers dann passiert es halt dass so ein Schar dir dann einen Helden der nur nur in Anführungsstrichen einen einfachen Limitbreaker mit vollem Emblem der dir den komplett rausschallert ja ist zum Beispiel immer Schar gegen meine Marjana das ist ein One-Shot bumm auch wenn meine Marjana das zweite Kostüm hat bumm ist ein One-Shot das das ist halt für Leute die diese Helden nicht haben oder nicht in der Zeit ihre Steine kriegen die sie bräuchten es ist dann halt ganz schnell Game Over und das ist hier das Problem mittlerweile bei den Fünf-Sterne bei den Vier-Sterne und Drei-Sterne haben wir andere Probleme ja aber bei den Fünf-Sterne ist es einfach eine Sache ähm wer gibt äh gut Geld aus wer hat Glück und hat die neuen Helden und äh da funktioniert dann halt auch die Defensive ist halt einfach so ja also ich meine das ist ist halt eine Defensive ja was willst du da großartig zu sagen ja die hätte jetzt noch ähm ein bisschen zu dem was ich gerade gesagt habe gepasst wenn jetzt hier Forsys gestanden hätte und Shah hier hin und Farrah raus oder sowas ne aber ähm auch da Farrah ist schnell schnell die die zerballert ja auch ein ein Spotter ne also von daher ist es jetzt nicht mal so dass ich sagen würde hier muss Forsys hin weil Farrah nicht gut ist ne also um Gottes Willen aber ich meine nur es kommen halt immer mehr Helden raus oder es sind immer mehr Helden da die ähm auch die Spotter komplett weghauen und dann ist es halt auch egal dann hast du halt auch so einen mittleren Helden hier drinnen wo du dann sagst oh ja mittlerer Held passt schon aber dann macht er halt hier so einen Quatsch dass er halt immer bei einem bei einem positiven oder bei einem Bonus oder positiven Stapel 10 Mana kriegt und dann ist er auf einmal nicht mehr Mittel wenn die anderen schöne Boni geben und diese 50% achte mal drauf gefühlt ist es äh fast jedes Mal dass er Mana boostet das ist nicht 50% also offiziell ja aber gefühlsmäßig wenn du das dir so anguckst im Kampf es ist genauso wie der Mana Boost von Hathor oder der Mana Boost von äh den Magiern ne dass die dann eine bestimmte prozentuale Chance haben verbündet ein bisschen Mana zu geben wenn es in der Defensive ist gefühlt jedes Mal wenn du es in der Offensive brauchst nicht so häufig ne es kommt vielleicht auch noch dazu aber das ist halt ähm es ist halt schwierig und das ist das ist halt das Problem wenn halt zu viele Helden permanent immer neu rauskommt und immer größer immer stärker ähm das ist halt das ist halt schwierig da dann äh mitzuhlen da kannst du dann auch wirklich nur mithalten wenn du halt auch dementsprechend äh Glück hast diese Helden zu kriegen oder halt auch in den Kämpfen ähm dann vielleicht auch da ein bisschen Glück hast ne aber ich zähle mich jetzt zu den Leuten die gut spielen mithalten können auf ihrem Niveau aber ich muss auch ganz klar sagen das hier das ist nicht mein mein Niveau das ist einfach das ist einfach zu viel und ähm deswegen da da sehe ich mich halt auch nicht deswegen bin ich da jetzt auch gar nicht äh äh so traurig drum dass das äh dass wir da 8 Niederlagen hatten oder sowas ja wenn ich mir halt die Defensiven angucke und das Maximum was äh was da drin ist die Helden die ich besitze ist 2 von 5 dann weißt du halt schon dass da irgendwie was schief läuft ja das ist halt und das ist halt offensichtlich dann dass die deutlich deutlich eher glücklicher sind was Beschwören angeht oder einfach deutlich mehr ähm Taler hier investieren ja ja sowas da kann ich nicht mithalten ist halt einfach so und äh das merkt man dann halt ne und dann sind wir wieder bei dem Kommentar den äh jemand geschrieben hat äh von dem ich weiß dass er in einer Allianz spielt die ähm über mir ist ja die äh innerhalb der wenn ich richtig informiert bin oder richtig mitgekriegt habe Top 3 ist ähm wenn dann halt jemand sagt ja das ist schon erschreckend dass du mit deinen Helden da äh äh so auch teilweise auf die Mütze kriegst hm scheint wohl irgendwie was dran zu sein dass ich mich da dass ich dass mein eigenes Gefühl mich da nicht trügt ne aber gut wir machen so so gut wie wir es können ja unabhängig davon jetzt der Loot ja wir waren ja Top 5% ähm das war eher so ein Top 1% Loot wenn du die letzten Äußerungen was den Loot angeht äh die ich getätigt habe äh mitgekriegt hast dann weißt du ungefähr in welche Richtung das gehen wird morgen wenn ich den Loot zeige äh es hat gepasst zur Woche sagen wir so ja mal dann deswegen abhaken morgen sehen wir welches Turnier dann als nächstes kommt ich hab keine Lust am Kalender zu gucken ich will mich da nicht spoilern ich lass mich morgen früh überraschen und dann äh es ist ein neuer Anlauf und dann schauen wir mal wie es dann wird also denkt dran habt die neuesten Helden die Helden müssen gut zusammenpassen gut harmonieren wenn die Boni haben ja ist gut wir haben unsere Kandidaten da gesehen die für eine Topplatzierung gereicht haben oder für eine A-Defensive ähm ansonsten wirklich gucken dass man Helden mitnimmt die Boni machen die vielleicht äh Boni in irgendeiner Art und Weise blocken oder sowas äh Immunität geben vielleicht noch ganz kurz was ich mir bei meiner Aufstellung gedacht hab ich dachte deswegen Gelat nach links weil ich gedacht hab wenn einer mit einem Spott da ist dann hab ich mit Gelat der massiv Damage macht ne Chance vielleicht den Spott da rauszunehmen und wenn danach die Multi-Hitter dann feuern dann ähm macht das mehr Sinn ja wenn ich jetzt den Panther auf 1 gepackt hätte zum Beispiel dann hätte der einfach nur sag ich mal auf den Ludwig gefeuert und hätte dann gesagt Edge du machst jetzt beim nächsten Mal keinen Spott mehr hätte mir aber nicht viel gebracht dann lieber ein Gelat zuerst der vielleicht den äh Spotter killt Blüte entfernt von dem ganzen anderen Rest der irgendwelchen von Ludwig Mana boost hat Attack up oder sonst was entfernt alles und dann kommt halt Ukonen und Panther so war der Plan ging anscheinend nicht auf ähm ja müssen wir mal gucken was da in Zukunft so so passiert vielleicht haben wir wenn wir noch ein bisschen was leveln da haben wir noch ein paar gute Kandidaten in der Hintern vielleicht wird das ja was müssen wir mal sehen ok dann würde ich sagen vielen Dank fürs zuschauen wir sehen uns im nächsten Video macht's gut und ciao ciao wir sehen uns im nächsten Mal